Willkommen bei Most Amazing Flying Machines, wo wir die unglaubliche Welt der Luftfahrtinnovationen erkunden. Begleiten Sie uns auf unserer Reise durch die Lüfte und entdecken Sie die neuesten Durchbrüche und klassischen Wunder, die die Art und Weise, wie wir durch die Luft reisen, geprägt haben. Nummer 1. ARC Aerosystems C-150. Beim C-150G geht es nicht nur darum, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Es geht darum, den Nervenkitzel des Fliegens wie nie zuvor zu erleben. Mit seinem aerodynamischen Design und modernster Technologie ist dieses Flugzeug auf Leistung und Präzision ausgelegt. Die C-150G ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, Innovation und Leidenschaft für das Fliegen. Von den leichten Verbundwerkstoffen bis hin zu den fortschrittlichen Avioniksystemen ist jeder Aspekt dieses Flugzeugs auf ein Ziel ausgelegt. Egal, ob Sie ein erfahrener Pilot oder ein Erstflieger sind, die C-150G bietet unvergleichlichen Komfort und Kontrolle. Das reaktionsschnelle Handling und die reibungslose Leistung machen jeden Flug zu einer Spritztour durch die Wolken. Das Fliegen mit der C-150G ist wie Poesie in Bewegung. Die Reaktionsfähigkeit der Steuerung in Kombination mit dem leistungsstarken Motor ermöglicht es mir, die Grenzen des Möglichen in der Luft zu erweitern. Es ist nicht nur ein Flugzeug. Es ist eine Erweiterung von mir selbst. Die ARC Aerosystems C-150G ist nicht nur ein Flugzeug. Es ist ein Beweis für den menschlichen Einfallsreichtum und die endlosen Möglichkeiten des Fliegens Nummer 2. Jet Racer Wir stellen vor, den Jet Racer der Inbegriff von Geschwindigkeit, Stil und modernster Technologie. Sind Sie bereit, den Nervenkitzel der Zukunft zu erleben? Schnall Dich an und halte Dich gut fest, während wir Dich auf eine Reise durch die adrenalin-geladene Welt des Jet Racer mitnehmen. Der auf Geschwindigkeit und Leistung ausgelegte Jet Racer ist anders als alles, was Sie jemals zuvor gesehen haben. Mit seiner fortschrittlichen Aerodynamik und dem hochmodernen Antriebssystem ist es darauf ausgelegt, die Strecke zu dominieren und die Konkurrenz im Staub zu lassen. Mit dem Jet Racer haben wir die Grenzen des Möglichen erweitert. Von der leichten Kohlefaserkonstruktion bis hin zu den leistungsstarken Elektromotoren wurde jeder Aspekt dieses Autos sorgfältig auf maximale Leistung ausgelegt. Aber beim Jet Rusher geht es nicht nur um pure Kraft, sondern auch um Präzision und Kontrolle. Dank des reaktionsschnellen Handlings und der intuitiven Steuerung werden Sie das Gefühl haben, eins mit dem Auto zu sein, während Sie über die Strecke rasen. Nummer 3 Breitling Wingwalkers, Oldtimer-Doppeldecker, brüllen durch den Himmel. Ihre Flügel sind mit furchtlosen Darstellern geschmückt. Ihr Herz ist darauf gerichtet, die Menge unten zu begeistern. Das ist das atemberaubende Erlebnis der Breitling Wingwalkers. Ein Wingwalker zu sein ist, als würde man jedes Mal, wenn man in die Lüfte fliegt, in einen Traum eintauchen. Das Rauschen des Windes, die adrenalin-geladenen Stunts. Es ist anders als alles andere. Von aufregenden Loopings bis hin zu atemberaubenden Tauchgängen, die Breitling Wingwalkers, sprengen die Grenzen der Flugunterhaltung. Jede Drehung und Wendung ist sorgfältig choreografiert und zeigt die perfekte Harmonie zwischen Mensch und Maschine. Die Wingwalkers verkörpern einen Geist der Furchtlosigkeit, Teamarbeit und Leidenschaft für die Luftfahrt, der alle inspiriert, die ihre Auftritte sehen. Monatelanges Training, unerschütterlicher Einsatz und die gemeinsame Liebe zur Luftfahrt vereinen die Breitling Wingwalkers. Ihr Bund ist im Himmel geschmiedet, wo jeder Moment ein Beweis für das grenzenlose Potenzial des menschlichen Geistes ist. Nummer 4 Ace VTOL Trinity Stellen Sieh sich eine Welt vor, in der sie über dem Verkehr schweben und mühelos durch den Großstadtsschungel navigieren können. Das ist das Versprechen des Ace VTOL Trinity Vertikale Start- und Landetechnologie vom Feinsten. Egal ob sie zur Arbeit pendeln, an ihren Lieblingsurlaubsort flüchten oder sich auf ein aufregendes Abenteuer einlassen. Der Ace VTOL Trinity ist ihr ultimativer Flugbegleiter. Mit seinem innovativen Design und fortschrittlicher Technik. Es geht nicht nur darum, von Punkt A nach Punkt B zu fliegen. Es geht um das Erlebnis. Vom sanften Start bis zur präzisen Landung ist jeder Moment an Bord der Ace VTOL Trinity einfach außergewöhnlich. Ich hätte nie gedacht, dass Pendeln so viel Spaß machen könnte. Der Ace VTOL Trinity hat meinen Alltag völlig verändert. Als Abenteuerliebhaber bin ich immer auf der Suche nach neuen Nervenkitzel. Mit dem Ace VTOL Trinity kann ich die Welt wie nie zuvor erkunden. Der Ace VTOL Trinity ist mehr als nur ein Transportmittel. Er ist ein Symbol für Fortschritt, Innovation und grenzenlose Möglichkeiten. Nummer 5. Innovationsgeist Die ultimative Mischung aus Eleganz, Kraft und Präzision, die durch die Wolken fliegt. Darum geht es bei Rolls-Royce Aircraft. Das Herzstück jedes Rolls-Royce-Flugzeugs ist sein leistungsstarker Motor. Ein wahres Wunderwerk der Ingenieurskunst. Diese Motoren treiben nicht nur Flugzeuge voran. Sie definieren die Art und Weise, wie wir Flug erleben, neu. Aber was unterscheidet Rolls-Royce-Flugzeuge von den anderen? Es geht nicht nur um pure Kraft. Es geht um handwerkliches Können. Jeder Motor wird sorgfältig, präzise und sorgfältig gefertigt, um eine beispiellose Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Jede Komponente, jede Designentscheidung, alles zusammen ergibt etwas wirklich Außergewöhnliches. Wir bauen nicht nur Motoren. Wir bauen Träume. Betreten Sie ein Flugzeug mit Rolls-Royce-Antrieb und betreten Sie eine Welt voller Luxus und Komfort. Sanft, leise und mühelos kraftvoll. Es ist ein Erlebnis wie kein anderes. Und vergessen wir nicht die Effizienz. Rolls-Royce-Flugzeugtriebwerke sind umweltfreundlich konzipiert und reduzieren Emissionen und Kraftstoffverbrauch, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Nummer 6 Eve Air Mobility Eve Air Mobility leistet mit elektrischen Vertikalstart- und Landeflugzeugen, after all, Pionierarbeit in der Zukunft des städtischen Transports. Unsere F2L-Flugzeuge sind so konzipiert, dass sie sicher, nachhaltig und für alle zugänglich sind. Da sie emissionsfrei und geräuscharm sind, eignen sie sich perfekt für städtische Umgebungen. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in eines dieser eleganten Fahrzeuge und gleiten mühelos über die Stadtlandschaft, umfahren Staus und kommen stilvoll an Ihrem Ziel an. Früher habe ich stundenlang im Stau gestanden, aber jetzt kann ich in wenigen Minuten durch die Stadt rasen. Es ist, als hätte ich meinen persönlichen Flugtaxiservice. Aber bei Eve Air Mobility geht es nicht nur um Komfort. Es geht darum, die Art und Weise, wie wir über Transport denken, zu revolutionieren und unsere Städte sauberer, leiser und vernetzter als je zuvor zu machen. Sind Sie also bereit, mit Eve Air Mobility zu fliegen und in die Zukunft des städtischen Transportes einzutauchen? Nummer 7. Hexa-Flugzeuge Nun, es ist kein durchschnittliches Flugzeug. Das ist sicher. Stellen Sie sich eine Mischung aus modernster Technologie, elegantem Design und unübertroffener Vielseitigkeit vor. Das ist es, was Hexa bietet. Im Kern ist Hexa ein Mehrrotor-Flugzeug, das von fortschrittlichen elektrischen Antriebssystemen angetrieben wird. Aber was zeichnet es aus? Lassen Sie uns über seine sechs Rotoren sprechen, daher der Name Hexa. Diese Rotoren dienen nicht nur der Show, sie bieten beispiellose Stabilität und Manövrierfähigkeit und machen Hexa zu einem Traum zum Fliegen. Das ist richtig. Dieses revolutionäre Flugzeug kann sowohl auf dem Land als auch auf dem Wasser starten und landen und eröffnet so eine Welt voller Möglichkeiten für Erkundungen und Abenteuer. Hexa ist mit modernsten Funktionen ausgestattet, darunter redundanten Systemen und fortschrittlichen Autopilot-Funktionen, die jederzeit einen reibungslosen und sicheren Flug gewährleisten. Egal, ob Sie ein erfahrener Pilot oder ein Erstflieger sind, Sie können darauf vertrauen, dass Hexa für Ihre Sicherheit sorgt, egal ob Sie auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer sind oder ein Profi sind, der eine zuverlässige Hubarbeitsbühne benötigt. Mit Hexa Aircraft sind Sie an der richtigen Adresse. Es ist Innovation, Vielseitigkeit und Spannung. Alles in einem unglaublichen Paket. Nummer 1. Entscheidendes Blackfly Stellen Sie sich vor, Sie springen in Ihr eigenes fliegendes Auto und schweben über dem Verkehr, Städten und sogar Bergen. Das ist der Traum. Oder? Nun, der Blackfly macht es Wirklichkeit. Dieses von Pivotal, entwickelte elektrisch angetriebene Flugzeug verändert die Welt der persönlichen Fortbewegung. Lassen Sie es uns aufschlüsseln. Erstens ist es voll elektrisch, was bedeutet, dass es umweltfreundlich und super leise ist. Keine lauten Motoren mehr, die die Ruhe stören. Eines der aufregendsten Dinge am Blackfly sind seine vertikalen Start- und Landefähigkeiten. Sie können buchstäblich von Ihrem Hinterhof oder einer kleinen Lichtung aus starten, ohne dass eine Landebahn erforderlich ist. Und machen Sie sich keine Sorgen darüber, wie man damit fliegt. Der Blackfly ist so konzipiert, dass er auch für Anfänger unglaublich intuitiv und einfach zu steuern ist. Es ist wie Autofahren, nur viel cooler. Das Fliegen mit dem Blackfly ist ein absoluter Nervenkitzel. Es ist flüssig, reaktionsschnell und fühlt sich unglaublich sicher an. Außerdem ist die Freiheit, den Himmel zu erkunden. Unschlagbar, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals zur Arbeit fliegen könnte, aber mit dem Blackfly ist es jetzt Realität. Es ist schnell, effizient und verleiht dem täglichen Pendeln eine ganz neue Note. Nummer 9. Zapatas Air Scooter Stellen Sie sich vor, Sie gleiten mit der Freiheit eines Vogels durch die Luft und navigieren mühelos durch den Himmel. Nun ist es mit Zapatas bahnbrechender Erfindung möglich. Der Air Scooter ist auf Einfachheit und Zugänglichkeit ausgelegt. Dank der intuitiven Steuerung kann jeder im Handumdrehen das Fliegen erlernen. Egal ob Sie ein erfahrener Pilot oder ein Erstflieger sind, der Air Scooter bietet ein unvergleichliches Erlebnis. Was den Air Scooter jedoch von anderen Privatflugzeugen unterscheidet, ist seine Vielseitigkeit. Vom gemütlichen Sightseeing bis hin zu adrenalin geladenen Flugmanövern der Air Scooter kann alles. Der Air Scooter repräsentiert eine neue Ära der persönlichen Fortbewegung. Wir wollten etwas schaffen, das es den Menschen ermöglicht, die Freude am Fliegen zu erleben, ohne die Komplexität traditioneller Flugzeuge. Menschen auf der ganzen Welt schwärmen vom Air Scooter. Egal ob sie zur Arbeit pendeln oder abgelegene Landschaften erkunden, der Air Scooter bietet endlose Möglichkeiten für Abenteuer. Okay Leute, das ist alles für dieses Video über Most Amazing Flying Machines. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, einige erstaunliche technische Gadgets zu sehen, etwas Neues gelernt zu haben oder sich inspirieren zu lassen, vergessen Sie nicht auf die Schaltfläche Gefällt mir zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um weitere Videos von uns zu erhalten und hinterlassen Sie bitte einen Kommentar für weitere Themen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.